So erklärt Olympia Teil 1 Olympische Geschichte Das ist Zeus. Zeus ist ein griechischer Gott. Okay, 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 ganz ruhig. Zeus ist der griechische Gott, der Chef. Und Zeus wird sehr gerne bewundert. Deswegen hat er auch nichts dagegen, als ungefähr 2000 vor Christi Geburt in einem kleinen Ort namens Olympia ihm zu Ehren eine große Party geschmissen wird. Dabei bekommt Zeus nicht nur tolle Geschenke, sondern es werden auch musikalische und sportliche Wettbewerbe veranstaltet. Das alles findet Zeus so klasse, dass er die Olympischen Spiele alle vier Jahre wiederholen lässt. Vor allem die sportlichen Wettbewerbe machen ihm Laune. Zumindest bis die Römer auftauchen und die Spiele in ihrer bisherigen Form verbieten. Nun sind die Römer am Zug. Also wartet Zeus. Und wartet. Und wartet. Dann endlich... Dann endlich... Dann bitte! Dann endlich... Dann machen wir rein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020